Was geht Leute, mein Name ist der Digest, willkommen zurück bei Hello Neighbor 2 Und ja, wir machen heute weiter, das Ding ist, allerdings hat das Spiel nicht gespeichert, was ein bisschen blöd war Aber ist okay, würde ich sagen, weil ich meine, es hat im Endeffekt gar nicht so lange gedauert, bis ich alles hinbekomme Und ich habe viele Tipps in den Kommentaren bekommen, die werde ich auch dieses Mal umsetzen und vielleicht werden wir dieses Mal sogar rauskommen Ja, was waren das für Geräusche, keine Ahnung, was das für Geräusche waren, aber ja, wir müssen erstmal den Anfang wieder genau gleich machen Warte, wie geht das überhaupt? War hier nicht irgendwo eine Brechstange oder so? Also das Ziel bei diesem Spiel ist es, vier Schlüssel zu bekommen, wenn wir vier Schlüssel bekommen, sind wir gut dabei Einfach nur Gamewerfen, holen wir das, packen wir das rein, aktivieren wir das Und ich glaube, ich weiß sogar, wie es geht, zum einen weiß ich, das ist tatsächlich durch mein eigenes Video, weiß ich, wie ich ein paar Sachen hinbekomme Vor allem den Code, den Safecode, okay, also passt auf, zum einen, oh nein, 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 er hat mich gesehen, oder? Scheiße, hat er mich gesehen? Ich glaube ja Okay, wo ist er hin? Schläft er gerade? Bitte sagen wir, er schläft Er schläft nicht, aber zieh dich mal rein Schauen wir nach oben und da sehen wir sowas rot, blau, grün, gelb, also muss es Äh, drei, ähm, sieben Was ist, ach, verdammt Drei, sieben, neun, äh, drei, sieben, neun, fünf Oh, ist er da? Oh Gott, ich habe echt Angst Drei, sieben, neun, fünf, okay Drei, sieben, neun, fünf Und es geht auf, jetzt haben wir eine Schere Und jetzt können wir Die Kisten hier aufmachen Naja, wir können es zumindest probieren, hallo? Wieso geht es nicht? Jetzt geht es Da drin sollte definitiv ein Schlüssel sein, denke ich mal Weil wir wollen ja vier Schlüssel bekommen Bei dem Spiel Also ich denke, das ist einer dieser Spiele, die man ganz, ganz schnell hinbekommen kann Oh mein Gott Ja, woher soll ich wissen? Wollt ihr mich mit den Arm nehmen? Auch nicht Hier auch nicht Hier vielleicht? Oh mein Gott, let's go Sehr schön Oh genau, das, ähm Wo hat, oh mein Gott, oh mein Gott Lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf Geh hier rein Oh Okay, wir sind noch gut dabei Wir sind noch gut dabei Wir wurden nicht erwischt bis jetzt Okay, warte mal, machen wir mal die Tür auf Wo ist er? Okay, warte mal Ist er hier? Er ist nicht auf seiner Couch Das heißt Ich komme hier rein und kann Okay, perfekt, perfekt Sehr schön Okay, die Schere brauchen wir, glaube ich, nicht mehr Ich behalte sie aber Und ich glaube, das hier, wurde mir gesagt, kommt irgendwie Oh, okay Dann ist ja da oben noch eine Figur Und wo die andere ist, weiß ich noch nicht Werden wir hoffentlich aber erfahren Okay, ich habe momentan nur die Schere Ich packe sie mal, ich packe sie mal weg Oh Warte mal Habt ihr es gesehen? Ne Was? Wo ist er hin? Oh Gott, geht er schlafen? Bitte sag mir, geht er schlafen Yes Weil dann können wir das, was er da hält in der Hand Beziehungsweise was er Oh mein Gott Ich kann es nicht glauben, er sitzt da einfach Willst du mich auf den Arm nehmen Also da wollen wir rein Und ich glaube, wir brauchen das, was er trägt Er trägt die ganze Zeit etwas bei sich Kann er bitte schlafen gehen jetzt? Oder nicht? Perfekt Geh mir das Wo ist es? Da Geh mir das Ja Lauf, 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 lauf Oh 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 Okay, wir haben es bekommen Sehr schön Perfekt Reingeht Wow Wow, 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 wow Was zum Teufel? Irgendwie leben wir noch Frag mich aber nicht wie Ich habe wirklich keine Ahnung Mach die Tür zu Okay, die Frage ist, wo ist er aber Hm, ich sehe das nicht So wirklich Wir können aber hier hochgehen Und das hier Hä? Das geht nicht Ah, da oben So, sehr schön Perfekt Jetzt können wir wahrscheinlich hier rein Sehr schön Das kriegen wir da nicht auf Das heißt, wir müssen den selben Weg wieder zurücknehmen Und ich bin mir ziemlich sicher Wir müssen Ach du Scheiß Geht er hier lang oder Ist er mich? Ich kann nicht erinnern, ob er mich sieht Er scheint ja nicht Was ist los bei ihm? Ist ja mega merkwürdig Hallo, willst du da dir jetzt entbleiben, oder? Oh mein Gott, ich muss das Teil dahin legen Hallo Hallo, komm her Oh Okay, sie geht doch Geht doch, geht doch, geht doch Also, wir können hier lang rennen Lauf, 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 lauf Pack das hier rein Super Oh Alter, ich hab echt keinen Bock mehr auf den Scheiß Was ist hier los? Oh mein Gott Was ist hier? Kann mir mal jemand erklären, was hier gerade geschieht? Ich verstehe nämlich, es hat gar nichts mehr Ach du Scheiße Okay, warte mal So Jetzt machen wir das mit den Bildern Die Frage ist, wo sind die Bilder alle? Wir müssen es anscheinend in der Zeit machen Hallo Es geht nicht mehr zu Okay Er hört das, oder? Mach das hier Hallo So Und noch eins, glaube ich Ich weiß halt gerade nicht, wo das ist Vielleicht in seinem Zimmer Äh, ja, hier ist noch eins Und jetzt? Was ist jetzt? Ist was passiert? Oh nein, es ist wieder zugegangen Ich sehe es gerade Oh, ich sehe aber gerade was Warte mal Ey, nee, der Typ ist so schnell, ne? Irgendwie ist er so schnell, aber er bekommt mich nicht wirklich Irgendwie bin ich verwirrt Okay, wir müssen das bei den Bildern auf jeden Fall deutlich schneller machen Ich nehme mal die Schaufel Die scheint wichtig zu sein Ich weiß nicht genau, für was Noch nicht Aber Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nichts auskramen müssen Bei jedem Hellen-Rail-Spiel muss man was auskramen Perfekt, er ist weg Lauf Und jetzt machen wir dasselbe nochmal Diesmal fangen wir Hier an Beilig, 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 beilig So Lauf, 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 lauf Genau, hier ist irgendwie so eine Tür, oder? Seht ihr das? Irgendwas ist da auf jeden Fall Spring Und? Hä? Vielleicht noch was? Scheiße Er weiß, dass ich hier bin Ich weiß halt nicht, von wo er kommt, ne? Alter, mein Ohr juckt gerade Damn Warte, meinst du in diesem Raum auch noch Irgendwie ein Zitronenbild, oder so? Oder Scheint nicht so zu sein Okay, das ist gerade ein bisschen merkwürdig Weil theoretisch haben wir Warte, gibt es noch mehr, als nur das? Oh Gott, da ist er wieder Genau, wir haben die Katze, dürfen wir nicht vergessen Hat die kein Blatt diesmal? Doch, die spielen mit diesem Blatt Das müssen wir haben, das müssen wir bekommen, dieses Blatt Ah ja, genau, du Ähm, das mache ich als nächstes, glaube ich Er schläft nicht, das ist gut Geh hier hin, gib mir das hier Oh mein Gott, kann er mich nicht einfach einmal erwischen? Oh mein Gott, da ist er schon wieder Okay, du nervst das ein bisschen sehr, muss ich sagen Okay, warte mal, geh in den Kühlschrank Hol das Dings da raus Gib das der Katze Hier, hallo Gib's hier Und jetzt, oh mein Gott Ist das falsch? Warte mal Oh mein Gott, scheiße Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's Damn, let's go Okay, das heißt, wir können das Blatt jetzt nehmen Ich kann es nicht glauben, dass wir es bekommen haben Aber wir wissen halt ganz genau, wo es jetzt hingehört, ne? Und zwar an dieser eine Wand Aber ich weiß halt nicht, wo wir das letzte Blatt bekommen Ähm, wir bekommen es irgendwie auf jeden Fall Nur wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, wieso Hier wird uns irgendwas gezeigt Aber was genau? Hm, ich glaub ich muss das nochmal mit den Bildern jetzt machen Oder vielleicht Muss man das vielleicht in einer Reihenfolge machen oder so? Kann ich mir gar nicht vorstellen Scheiße Ach, die Vielleicht muss man das wirklich in einer Reihenfolge machen Ich glaub ich werde erwischen Oh Ja, okay Ey, nee, also ich hasse, ich hasse ihn so hart, ne? Das Ding ist Manchmal erwischt er einen einfach nicht Obwohl er genau neben mir ist Das macht gar keinen Sinn Okay, kann es sein, dass man das irgendwie in einer Reihenfolge machen muss? Ich bin mir da wirklich nicht sicher Oh mein Gott, wer ist dort? Das kann nicht wahr sein Lass mich da mal in Frieden Geh raus oder so Mach irgendwas in deinem Leben Aber nerv mich doch nicht Beilig, beilig Es müsste vielleicht noch ein weiteres geben Oder? Ja, die Tür geht hier nicht wirklich auf Also das ist ganz komisch Was übersehe ich denn bitte? Ich hab keine Ahnung Ach, da oben ist noch eins Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaub Oh, da hat sich was geöffnet, glaub ich Warte Oh mein Gott Hier ist noch was Eine Brechstange? Oh, ein Schlüssel Ein Schlüssel Let's go Oh Gott Wir wollen uns ungern erwischen lassen Jetzt, weil Ich mein, ich hab einen Schlüssel Und äh, ja Den werd ich benutzen Okay, dann haben wir jetzt den zweiten Den dritten sollten wir easy peasy bekommen Ich weiß sogar wie Da ist er schon wieder Genau, folg mir, folg mir, folg mir Folg mir, genau Hier bin ich Folg mir, ich Folg mir Okay, folg mir nicht, leider Kann ich da vielleicht kurz reingehen Und den Schlüssel benutzen? Scheiße Er geht da die ganze Zeit hin, ne? Okay, er geht weg, er geht weg Das heißt, wir können einfach den hier machen Perfekt Äh, ich weiß gar nicht, wozu wir das brauchen Aber die Schaufel hab ich verloren jetzt Genau das hier Ah Ne, die Schäde Das war auch falsch Warte, wie war das? Ah, ja, 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 genau, genau Ich weiß wie Ich weiß wie Oh Ich muss mich aber auch jedes Mal strecken, ne? Dieses Spiel ist so schreckhaft, ey Oder ich bin schreckhaft, ehrlich gesagt Das Spiel macht mich schreckhaft Ich bin hier nicht Such weiter Du findest mich eh nicht Okay, er geht weg Vielleicht haben wir kurz Zeit Das muss, äh, so sein Hallo Genau, die Hand muss da oben Oder? War das nicht so? Oh mein Gott Okay, wir werden wahrscheinlich erwischt Ja, okay Ach Mann Ist doch nicht wahr Was hab ich denn falsch gemacht? Warte mal kurz Man kann hier nämlich nachsehen Okay, vielleicht auch nicht Dann schauen wir halt eben dicht nach Ist in Ordnung Bro, ich muss mich verstecken, oder? Versteck dich Ja, er hat mich gesehen Er weiß, dass ich hier bin, ja Das war so klar Okay, es ist wirklich schwer Die Geduld bei ihm zu behalten Er geht jedes Mal dahin Und ich Okay, wir können nochmal nachschauen Wie das jetzt aussieht Mit dem Äh, Ding Unten das Schild Und oben das Schwert Dürfte normalerweise Nicht das Problem sein, oder? Warte mal Ist das anders Am letzten Mal? Ich glaube, das könnte sogar sein, ne? Komm hier Komm hier Komm hier Er geht da die ganze Zeit hin Ganz ehrlich Ist mir jetzt egal Du nervst Ich kann dich die ganze Zeit abwarten Bist du in den Nervensäger? Ja, komm her Ja, genau Komm her Folg mir Folg mir doch Trau dich Trau dich doch Hier bin ich Hä? Was für ein Trau Oh mein Gott Ich hasse ihn Hör auf damit Hier Hier bin ich doch Okay Das ist gerade nervig Jetzt folgt er mir endlich Sehr gut Er muss auf jeden Fall weggehen Oh mein Gott Ja, das war's Er hat mich gefunden Okay Ja, es ist wirklich anstrengend mit dem Komm schon Geht doch Geht doch Hat ja Ewigkeiten gedauert Warte, die Tür zu Pack das schnell hier rein Und jetzt aktivier das Wir wollen den Schlüssel bekommen Und uns Am besten nicht erwischen lassen Okay Herz Schlüssel da rein Eine bleiben brauchen wir noch Okay Ähm Wir haben hier diese Karte Oh, hier ist nix Ich muss gar nicht Hier ist nix Seht ihr das? Das ist Warte, wenn das dein Haus ist Das ist die Scheune Hinter der Scheune Oh mein Gott Und ich wette Ich weiß sogar Was wir tun müssen Aber Aber wo findet man Den letzten Teil der Karte dann? Und wozu überhaupt? Weil man kann es ja wirklich gut erkennen Das ist quasi das Ding Okay Gib mir Gib mir das Teil her Okay Ich spüre gerade mein Leben dahin Lass mal sehen Ob wir Rausfinden Was sich dahinter befindet Hä? Ist hier überhaupt irgendwas? Oh Oh Ich meine Ich weiß gar nicht Ob ich das alleine gefunden hätte Wahrscheinlich nicht Und wir haben Das ist Die Seine Kinder sind das quasi Die irgendwie Ich weiß gar nicht Was genau damit passiert ist Entweder die sind verstorben Oder irgendwas damit passiert Auf jeden Fall Ich weiß es aber nicht mehr Aber okay So Gehen wir mit dir zurück Fräulein Würde ich sagen Und Ja Äh genau Jetzt können wir das wahrscheinlich Hier hinlegen Funktioniert das so? Ja Ist das der letzte Schlüssel? Warte Sitzt der da wieder? Nö Der sitzt da nicht Okay Warte mal Das war's Oh Oh Das war's Oh wow Okay Das war aber ziemlich cool Also ja Das war's für die Demo Für Wenn neue Teile loskommt Für mehr davon Lass mal oben da Wenn ihr kostenlos aktivt Und bis zum nächsten Video Bye Bye